Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Sozoyels. Heute zeige ich Dir, wie Du bei Windows 10 und 11 Computern den S-Modus beendest. Los geht's! Dieses Video richtet sich an Einsteiger. Für Eilige gibt es Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Ich werde alles an einem Laptop mit Windows 11 zeigen. Es funktioniert aber mit Desktop-PCs und mit Windows 10 genauso. Auch wenn Dich der S-Modus vielleicht nervt, ist der Gedanke dahinter eigentlich gut. Denn das Hauptproblem von Windows ist immer noch die Sicherheit. Wenn man sich Software aus allen möglichen Quellen installieren kann, dann ist eben auch die Gefahr groß, dass man sich irgendwo Schadsoftware einfängt. Durch den S-Modus wird das verhindert. Dein PC ist dann eher wie ein iPad oder ein Chromebook. Das heißt, Du kannst nur noch Programme aus sicheren Quellen installieren, was bei Windows der Microsoft Store ist. Die dort verkaufte Software ist geprüft und damit sicher. Das ist gerade für Anfänger eine gute Sache. Doch leider ist die Auswahl im Microsoft Store noch immer viel zu eingeschränkt. Wenn Du den S-Modus nur beenden willst, weil sich ein oder zwei gewohnte Apps nicht installieren lassen, dann rate ich Dir vorher nach alternativen Programmen im Microsoft Store zu suchen. Ich habe das auch gemacht. Doch leider haben mich die Bildschirmaufnahme-Apps im Microsoft Store nicht überzeugt. Um meine altbewährte Aufnahme-App zu installieren, werde ich deswegen jetzt den S-Modus beenden. Achtung! Der S-Modus lässt sich nicht einfach wieder aktivieren. Wenn Du ihn wiederhaben willst, musst Du den ganzen PC zurücksetzen. Ein Video zum Zurücksetzen von Windows ist in der Videobeschreibung verlinkt. Öffne zuerst die Einstellungen, zum Beispiel über das Startmenü oder mit der Tastenkombination Windows-Taste und gleichzeitig I. Klicke auf System und dort dann auf den Unterpunkt Aktivierung. Hier sieht man, dass der S-Modus momentan aktiv ist. Klicke auf diesen Menüpunkt und dann auf Store öffnen. Jetzt öffnet sich der Microsoft Store und lädt eine spezielle App. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn Du mit dem Internet verbunden bist. Fürs Video habe ich die Ladezeit etwas gekürzt. Hier kannst Du auch nochmal die Vorteile des S-Modus nachlesen und einen Vergleich zwischen normaler Windows-Version und S-Modus sehen. Klicke auf Herunterladen, um die S-Modus beenden App zu laden und zu installieren. Je nach Internetgeschwindigkeit siehst Du hier vielleicht einen Fortschrittsbalken mehr oder weniger schnell durchlaufen. Wenn Du diese Meldung siehst, hast Du es geschafft. Die S-Modus beenden App hat keine weitere Benutzeroberfläche. Das ist alles. Einfach auf Schließen klicken. Denke daran, spätestens jetzt eine Antiviren-Software zu installieren. Bei mir erscheint ja auch schon eine Werbeeinblendung dazu. In den Einstellungen kannst Du sehen, dass der S-Modus beendet ist, weil hier oben der Zusatz in S-Mode fehlt. Ich blende Dir zum Vergleich nochmal ein, wie es vorher ausgesehen hat. Nun kannst Du ganz normal Windows-Programme aus allen möglichen Quellen installieren. Bitte überleg Dir vorher immer genau, was Du da installierst und ob die Download-Quelle und auch der Softwarehersteller vertrauenswürdig sind. Theoretisch könnte nämlich jede Software, die Du installierst, ungefragt Deinen Standort, Deine Systemdaten, Deine Tastatureingaben und vieles mehr aufzeichnen und übers Internet versenden. Bei Gratis-Programmen solltest Du Dir immer die Frage stellen, warum verschenkt da jemand hunderte oder tausende Stunden Arbeitszeit? Was ist seine Motivation dafür? Bei Open-Source-Programmen ist es manchmal ein Hobby oder es steckt eine gemeinnützige Organisation dahinter, die sich durch Spenden finanziert. Oft versucht Gratis-Software auch mit Werbung oder zusätzlichen Funktionen Geld zu verdienen. Aber hast Du Dich schon mal gefragt, warum z.B. Facebook den Messenger WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar kauft, um ihn dann zu verschenken? Und nicht nur das. Es fallen ja auch jährliche Betriebskosten für Server, Strom und Weiterentwicklung an. Wenn Dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wüst in den Kommentaren. Falls Du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann lass bitte einen super Thanks da. Und wenn Du keine neuen Videos von mir mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Pfiatiservus, ciao!